Was ist denn passiert mit dir? Du hast doch sonst nie so eine Pusse. So scharf auf den Knast bist du? Mach es doch. Lass mich da raus. Pusse. Es tut mir leid. Gerne auch ohne. Ich setze sie nachher mal für euch ab. Ich bin extrem modebegeistert. Für mich ist Mode einfach Lifestyle. Du modelst manchmal. Hast du auch schon einen Werbespot im Moment am Laufen oder gerade nichts? Bislang nichts. Ich habe ein paar Castings mitgemacht, aber es ist jetzt nichts geworden. Was verbindet dich mit Mode? Schon dein Leben lang oder ist es erst so in den letzten Jahren gekommen? Nee, es ist eigentlich schon nebenan Mode und Interieur sind eigentlich so zwei begeisterte Säulen für mich. Und ich finde, damit kann man halt Unterschiede machen, Individualität setzen. Take four, three, two, one. Score in our young world, this is John Q. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020